ein herzliches willkommen zurück zu a story about my uncle nachdem wir jetzt aus der dunkelsten höhle aller zeiten rausgegangen sind rausgekommen sind sind wir in einem wunderschönen ort gelandet der mich wirklich ein bisschen überrascht muss ich sagen es ist wirklich sehr sehr hübsch hier und wir machen natürlich jetzt weiter und machen einen schönen das war knapp das war echt knapp ich glaube das müssen wir auch so schaffen ich sehe schon wir müssen wieder springen so passiert nix sogar mit mit erhöhung da schaffen wir locker also preisverdicht tief noch einmal ich weiß nicht warum ich weiß nicht warum ich die ganze zeit versagen ich weiß habe jetzt gerade unser ziel gesehen ich weiß also wollen wir müssen erstmal hier an laufen nehmen so 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 ich so Ich habe viele Stückchen fliegenden Rock gesehen, aber hier waren sie viel größer. Einige waren groß genug, um die ganze Stadt zu befinden. Wie war das möglich? Vielleicht hatte es mit den Kristallen, die überall sind. Ah, da oben müssen wir hin. Huch? Jetzt bin ich hier oben. Okay. Moment mal. Das Warten des Mutes? Und... Bäm! Und hat gespeichert. Das ist so gut, dass es überall diese Speicherpunkte gibt. Und dahin müssen wir. Aber offenbar müssen wir erstmal da lang. Wovor wir da lang können, oder? Was ist da überhaupt? Ich glaube, das ist eine Sackkasse. Was ist da? Was ist da? Da ist... Hm. So. Wie kommen wir jetzt weiter? Ach da. Okay. Ich muss auf das Ding warten. Dann kann ich... Na komm. Nein, das war ein Fehler. Da... Und dann muss ich loslassen. Na, komm. Jawohl. Das war dumm. Mist. Ich warte, ich warte, bitte, bitte, bitte. Oh, das war super knapp. Opsala. Ich warte weiter hoch. Opsala. Opsala. Ich finde, das ist interessant, wenn ich dieses irgendwo hinmache, dann ist das... Walter. Geh bitte da lang. Das kann sogar ich übersetzen. Wunderschön hier. Echt wunderschön. Ich bin echt geplättet. Das geht hoch und runter, aber es nimmt keiner in den Empfang. Wunderschön. 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 Die Künstler glaubten, dass die Künstler gegründet sind, dass sie die Grunde der Leben und nicht mit sich geholfen sind. Warte, Fred nicht nicht benutzt sie? Für seine Kraftstoffe, ja. Ich denke, er war eine Exception. Die Strays, auf der anderen Seite, haben sie die Künstler gegründet, und sie benutzt sie für alle Art von Maschinen und Decorations. Sie auch sie gegründet haben, nur in einer anderen Art. Das ist eigentlich wohl lange ich muss. Ah, offenbar hier lang. Hm, ich glaube, ich bin hier richtig. Da ist auf jeden Fall ein Speicherprogramm, also ich bin hier richtig offenbar. Ui! Ui! Geschafft! Ob wir mal auch normale Gegenden, äh, treffen, wo wir nicht dauernd rumhüpfen müssen, das wäre mal eine Option eventuell. So. Ui! Das war knapp. Hey! Let's play a game! I bet, that you can't get through this part without using the grapple device. Vergiss es. Ich benutze den Enter, ob du willst oder nicht. Da. Übrigens, falls man erst jetzt zu dieser späten Stunde zu diesem Spiel eingeschaltet hat, ich habe hier mal jemanden Huckepack. Wollte ich nur mal erwähnen. Ich habe gesagt, du kannst es nicht tun. Tue ich doch. Habe ich doch gesagt. Ich benutze ihn. Wow! Uh! Oh! 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 Ach! Ne, ich denke nicht. Eh! So. Hm. Na, 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 na. Oh oh. Oh! geschafft geschafft wo muss ich denn hin dass ich frage ich muss mich jetzt hier muss ich jetzt tiefer oder wohin nach der ok ok weil ich wohin mich muss da hat er nämlich das was bei den lassen da unten noch irgendwas kein speicherpunkt das ist so schön gemacht hier ist unglaublich und offenbar geht es sehr tief bergab ohne boden darum ist ein Turm der leuchtet Flugschiffe darum fliegt ein Ziel rum ich muss sagen ich bin sehr begeistert von dem was sie entwickelt worden ist also ein an meiner alle Achtung geschafft na das wird doch zu machen sein geschafft muss ich etwa offenbar ja kann man machen nein man wo ist er da komm schon na komm und zwar jetzt packe ich irgendwie fest hier oder nicht ich bin durchgerascht jawoll aber noch mit glück wiii uff oh was hab ich jetzt gemacht wieso keine ahnung offenbar macht sie einfach cool ich kann doch höher springen offenbar oder das ist eine schöne aussicht hier wunderschön gerade glaube ich von weitem unser nächstes ziel entdeckt aber hier ist auch keiner sweet now you gotta try them out raketenstiefel wiii ha 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 wow this is awesome ja awesome ich seh schon das geklappt das geklappt wohl nicht so ganz oh geschafft jawoll wir haben es geschafft hm komische tür aber hier ist auch kein dorfbewohner oder sonst wärs mysteriös kein dorfbewohner niemand hm hier muss doch irgendjemand sein der alles gebaut hat die luftschiffe fliegen sich ja nicht von alleine ich muss das jetzt öfters machen mit den raketenstiefeln ich kann nur einmal benutzen ah wupser du hast das hast denn sonst gehen Hä? Wie soll das denn gehen? Uff. Nochmal. Ich kann die Raketen schon nur einmal benutzen. Na, dann mach ich das mal anders. Okay. Okay. Also doch. Er ist am Ende einsetzen. Na komm. Ich nehm immer zur Sicherheit Anlauf. Man weiß ja nie. Nein. Mann. So, noch mal. Das war knapp. Boah, das gibt's nicht. Das sag ich schon wieder. Mann. Oh. Ah. Da kommt man nicht ran. Oh, Mensch. Das ist echt ärgerlich. Ich würde es jetzt schaffen. Das ärgert mich jetzt. Uff. Machen wir es mal anders. Na komm. So. Machen wir es mal anders. Vielleicht klappt das ja. Nein! Nein! Machen wir es mal anders. Oh, geschafft! Oh, wir haben es geschafft. Und er hat gespeichert. Dann würde ich sagen, ich mache hier jetzt einen kleinen Cut. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Bleibt mir gewogen. Und bis morgen. Ciao!